Du musst mir unbedingt die Adresse von deinem Fitnessstudio geben. Wie bitte? Hanna meint, ihr neuer Mitbewohner ist ein bisschen mollig, aber in Ordnung. Du bist vielleicht in Ordnung, aber ganz bestimmt nicht mollig. Ich bin nicht Paul. Ich bin Nacho. Klingt scharf. Ignacio DiPetro. Verkönner. Du musst Hannas kleine Schwester sein. Scheint ja was Ernstes für Hanna zu sein, wenn sie dich schon in ihre Familienbande eingeweiht hat. Wir sind Kollegen. Ich bin Art Director bei Poo... Ups. Nett dich kennenzulernen. Auf ihre Kunst bin ich gespannt, Mr. Art Director. Poo.